Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Meine lieben Freunde, heute heißt es, letzte Chance, sich für die Weltmeisterschaft um 4 Millionen Dollar in Kopenhagen zu qualifizieren. Ich werde eine Viewing-Party vor Ort in Kopenhagen machen mit den ganzen Pros. Werd natürlich noch announcen, wer mein Co-Caster sein wird, was meine Show dort sein wird und so weiter und so fort. Aber heute ist es die allerletzte Chance. Teams wie Reason und Yannis, Wadial und Mr. Savage und viele weitere, unter anderem auch Aqua und viele, 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 viele mehr, müssen sich für dieses Turnier noch qualifizieren und haben es noch nicht getan. Nur neun Teams qualifizieren sich für das große Finale und das ist crazy für die WM. Heute Opens, morgen Semifinals, übermorgen Finale. Das Ganze findet ihr hier live auf Twitch bei mir, twitch.tv. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Schreibt gerne in die Kommentare. Erste Runde hat anscheinend schon bei Reason gekracht. Die hatten einen Bug. Und dann würde ich sagen, Abfahrt, viel Spaß. Big Big Bubu war ein babymäßiger Intro. Geil. Come in Amar W. Oh, Digger, war Yannis und Reason kracht. Hä, aber hat er keinen Delay drin oder was? Also man muss, wenn man das streamt, mindestens drei Minuten Delay drin haben, sage ich. Sonst ist dumm und selbst schuld. Eine Minute hat er. Digger, Digger, ich schreib dir eine ganze Nachricht. Digger, Reason, immer Minimum drei Minuten Delay bitte. Sofort drei Minuten Delay reinpacken. Was soll denn eine Minute bringen? Die spielen doch da keinen Duo Cash Cup. Die werden jetzt hochklettern und ihn töten. Okay, geil. Nice, Tone, geht zurück. Nice. Alter, was war das für ein Edit, um wieder zurückzukommen, Chad? Six Splashes, Top 16 Situation. Die Mets nehmen sie. Und rein da. Und rein da. Nice, Mr Savage. Top 10 Situation. Er könnte noch einen Slur poppen. Okay. Einer ist noch hier bei ihm in der Zone. Top 8 Situation. Top 8 Situation. Oh, was macht er? Er muss laufen. Er macht den Vollsprinter aus. Er hat so viele Mets, Shit. Two Deuce und ein Solo. Two Deuce und ein Solo. Top 3 kann er locker holen. Top 3 kann er locker holen. Das ist der Solo. Er muss runterhalten, weil da gehört ihm ja gar nichts. What? Vanial! Top 3! Bro, I'm lagging so hard, man. GGs. Sehr gut gespielt. Who the fuck is Mrs. Queen? Who the fuck is Mrs. Queen? Oh, was? Digga, er gibt den 88 White. Top 250 qualifiziert sich, Shit. Ah, das war's, GGs. Ist nur noch ein Solo. Es sind GGs. Es sind GGs. HIP HIP HIP! HIP HIP! Nice. Zweites Game. Direkt ein Win. 185 Punkte für die Boys. Liegt das da noch? Ja, das liegt da noch. Oh mein Gott. Digga, was macht er in Robnish? Doch, er wird den bekommen. Er wird den komplett bekommen. No way. Top 2. Nice, Top 2! Let's go, baby. GGs. Top 2. 130 Punkte für Kato und Robnish, Shit. Nein, Digga, no way. Ach, Mann. Der, 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 der guckt. Bill, du bist one, du bist one. Nice, Resen. Sehr, sehr viele spielen jetzt auch langsam die SFG, ne, by the way. Ja, warte. Habe ich? Holt Highgrounds. Er hat einen Heavy, er hat einen Heavy. Da vorne guckt, nicht? Nein, ich hab den vorne. Nice! Ich fiel auch gefängt, ich fiel auch gefängt. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich kann nicht, wir müssen rein, das. Komm. Die sind auch immer ans, die sind auch immer ans. Ich muss wohl Tatenrad. Aber ich kann für den Shop. Die sind runter, glaube ich. Die wissen nicht, dass wir noch hier sind. Ich hab, ich hab konnechtet, ich hab konnechtet. Aber alles, habe alles, ich muss mich. Nice. Reason, ist alles. Top 28, Situation. Die bauen Refreshed. Was? Die bauen Refreshed. Es ist soweit, Chat. Es ist etwa soweit, Chat. Chat, es ist soweit. Es ist die WM-Qualifikation. Und wir gucken. Reason und alles zu. Und ihr wisst, was das Wichtigste ist. Die Schulter. Die Schulter, Chat, aktiviert sie. Das waren die, die ich kriege, ich tappen. Pass auf, da kommt noch ein Aussturm, glaube ich. Macht die Aussturm, Chat. Aussturm, Play, Baby. Hey, da, da. Geflang, geflang. Ich hab's am Segment. Da. Ja. Tranquilo, 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 meine lieben Freunde. Der Belief muss da sein. Top 10 Situation. Sie sind weiterhin auf dem Highground. Sie haben schon 15 Kills. Und sie sind weiterhin am Slayen. Ein Slurp-Tunk ist noch am Chart. Drei Splashies sind am Chart. Und die Schulter. Hey, warte, warte. Hier, das geht immer noch. 64. Und jetzt alle nochmal. Und rein da. Hier, das Spiel immer noch. Der kommt hoch, der kommt hoch. Ich hab's nicht verlernt, Chat. Ich hab's nicht verlernt. Top 250 qualifiziert sich für die nächste Runde. Nächste Runde ist, by the way, morgen direkt 19 Uhr. Übermorgen dann Finale. Da ist die Top 50. Da kracht's. Von dort aus kommen nur neun Teams weiter zur WM. Und Mr. Savage und Vadial. Gut aussehen, wie sie sind. Erster Platz gerade hier in den Opens. Frey und Vortexas. Zweiter Platz. Ist das krank. 1-0 für Bayern. Ich hab eh gesagt, Chat. Ich hab eh gesagt, Bayern gegen Bremen. Ich glaub, das wird so ein lockeres 4-0. Digga, wie schlecht sie sind. Was sind das denn für Gegner? Gegen wen hat dein Reason alles gespielt? Digga, das sind ja komplette Bananen. Nice. Box. Full P is dead. No way. Digga, er holt ja ein Kill nach einem anderen. Wer ist denn das plötzlich? Archie oder Cristiano Ronaldo? Ich erkenne's nicht, Chat. 1-10. Digga, er sagt, edit, 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 edit. Als müsste er sich darauf konzentrieren oder so. Als wäre er Controller-Spieler. Alter, wie geil. Archie, Junge. Archie ist gerade so am Slay, Chat. Oh mein Gott, Digga, was ein Pump. What the fuck, Archie? Er macht Safe-Kills alleine. Also die Pump ist komplett crazy, diese Heavy-Pump, Chat. No way. What the? Schöner Kill. Er wird, glaube ich, getötet. Ja. Oh mein Gott. Was macht er da? Also diese Heavy-Shotgun ist crazy. Nice. What? Nur noch ein Gegner. See you later, du Pump. Let's go. Äh? Bro, that was a fucking good game. Hä? Archie, mate? What the fuck? You crazy, man. Hey, Daddy. Hey, somebody. Hey, somebody. Hey, somebody. No way. No way. No way. Er muss, er muss, er muss noch einen Slap usen. Hey, somebody. Hey, somebody. Hey, somebody. Hey, somebody. Hey, somebody. Hey, your brother jしゃ 47, again. Yeah. I'm up here. It's really fucked. It's really fucked. And then this. What's going forward? Digga, Vortexas. Also Vortexas, das ist komplett verloren gerade. Vortexas ist komplett verloren gerade, Chat. Der hat so gesellt. Wow. Wow, wie viel der gesellt hat gerade. Digga, als wäre der ein Verkäufer. Sorry, für meine Ausdrucksweise. Müssen wir auch alles... Müssen wir alles... Nein, das war nicht dein Bad, Frey. Das war nicht dein Bad. Sag ich so, wie es ist. Und da sind die Slurpees. Ich habe ein bisschen Angst um die. Aber die können sich vom Ding her jetzt schon callen, Chat, oder? Digga, diese Matches sind hier so schmackhaft. Ey, warte mal. Komm, 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 komm. Ich habe Sound-Sickness. Ich habe Sound-Sickness. Wir müssen weg von dem Baum. Ja, komm, 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 ich kann. Nein, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Schöne Rotation jetzt hier von Reason-Chat. Schöne Rotation jetzt hier von Janis. Das wird ein Top-3-Game. Wow, Top-15. Heides, das ist nichts, Heides, das ist nichts. Kurz ein, die werden gespielt. Hab sie auch gespielt. Ich glaube, ich hab ein Swap. Aber dafür, aber dafür haben sie ein geiles Aim. Nein! What the? Nice, der andere ist One, der andere ist One. Der andere ist One, Bro. Er hat den Slap gepoppt. Sag ihm das, sag ihm das, sag ihm das. Nice. Oh mein Gott, Janis. Da war noch ein Slap in der Zone. Er muss ihm das callen. Er muss ihm das callen. Da war noch ein Slap, da war noch ein Slap. Ich kann keine Matte. Das ist schade halt. Ich kann kein Matte, sagt er. Er muss jetzt in die Zone und da rein. Chat. Die werden gleich auf jeden Fall alle fighten. Chat. Chat. 331 Punkte. Nach so einem Popelstart von denen? Drop that, drop that, drop that. Ein Christian, yo. Jump off low ground rein, maybe. Warum, 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 warum? Nein, 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 nein. Okay, jetzt. Stopp 3. Stopp 3. Der andere? No. Shit, Bro, let's go. Alter, let's go. Schöne Runde. Sehr, sehr schöne Runde von den Jungs. Oh, Narko? Na, ey, wenn sich Narko nicht callt, dann fresschen wir sie. One v one. Was? Schnell raus, schnell raus, schnell raus. Wir bleiben kurz auf dem Fight drauf. Die sind nämlich gerade erster Platz gewesen, Chat. Mal schauen, was die gerade besser machen als andere Teams. Okay, vielleicht auch der Pre-Schuss. Aber die sind eh schon cool. What the fuck, Digga? Er clipped ihn komplett. Das ist für diese ganzen Pros, ne? Das Ganze hier immer normal ist, Chat. Da kriege ich auch das Kotzen. Also das war eine Schelle des Grauens. 250 qualifiziert sich, Chat. Last Chance Qualifier. Morgen wieder 19 Uhr. Klar. Okay, Chat. Was ist denn das? Ihr meintet alle, das sind Controllerspieler. Das sind Console-Spieler. Gas Station und Skyjump. Console-Players. Digga. Die qualifieren sich einfach. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Aber Mr. Savage und Vidal. Gestern erster Platz Duo Cash Cup. Heute zweiter Platz. Das ist crazy. Jarko und Darkis auch callt. Flopper Frey sogar hier auf der 5. Auch callt. Chapix. Khan und Chap. Waren richtig, richtig gut dabei heute. Sehr gut gespielt. Die haben sogar, glaube ich, einen Sieg haben sie. Ananas und Scrapped. Okay. Purchava ist callt. Scram ist callt. Vakan ist callt. Merjin ist callt. Flopper Frey und Top momentan. Ja, stimmt. Yannis und Reason auch callt. Aber guckt euch mal deren ersten Games an, Chat. Die ersten vier Games haben gekracht. Die ersten vier Games haben richtig gekracht. Bilussi und Vortex callt. Glubschi und Kick-Duo callt. Cheatin und Pixie callt. Ja, nice. Oskar auch callt. Asa und Noah Rayleigh auch callt, Chat. Owl und Yikesian. Alle callt. Kronos callt. Sehr, sehr viele Deutsche sind callt, ne? Also alle, die morgen streamen, die müssen auf jeden Fall noch mehr Delay reinpacken. Die ganzen Deutschen werden Stream snipen. Skyf und Corny. Geil. Und ich sehe nirgendwo weit und breit Lecci, Chat. Ich sehe weit und breit nirgendwo Lecci. Chat. Lecci nicht callt. Wenn ich einen Guess abgeben darf, er war jetzt WM nicht callt, er war FNCS nicht callt. Ich glaube, der Junge wird komplett einfach nur auf, auf, weiß ich nicht. Der wird einfach nur noch Just for Fun spielen. Ja, das war es wieder mit dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hau rein. Und tschüss. Hau rein.